Eine Welle aus Leaks aus dem Inneren von Creative Assembly rollt über uns hinweg, vermutlich angestoßen durch die vielen plötzlichen Kündigungen der entsprechenden Mitarbeiter und genereller Unzufriedenheit mit dem Management der Firma. In der heutigen League-Welle aus dem Inneren von CA erfahren wir, wie sie versucht haben oder momentan versuchen, das gescheiterte Spiel Hyenas an ein chinesisches Unternehmen zu verkaufen, dass CA selbst fast nur noch Mods ihrer eigenen Spiele erzeugt und dann für Vollpreis verkauft und wir erfahren etwas über die Leidensgeschichte von Toadraw Farrow und von Hyenas. Dies und noch einiges mehr in dem kommenden sehr ausführlichen Video, wenn du weiter informiert sein willst, über Leaks aus Creative Assembly, Toadraw Mods, Kampagne, Showbund 2 spielen wir jetzt gerade in letzter Zeit, lass gerne das Abo da. Ich würde mich freuen und jetzt viel Spaß mit dem nächsten sehr ausführlichen Video. So, erstmal willkommen, willkommen, falls du nicht gemacht hast, lass gerne das Abo da, es bedeutet mir auf jeden Fall viel. Und was sind die Quellen des heutigen Videos? Die Quellen sind wie die ähnlichen anderen Leaks auch wieder Videos von Volunt, aber auch einem anderen YouTuber, den wir uns nachher, wo wir ein Video nachher kurz ansehen werden, der immer überzeugende Informationen aus dem Inneren von Creative Assembly erhält. Anbei hier ein paar Bilder, wie in einer der Mitarbeiter anscheinend tatsächlich einige, der besonderen Franchise-Dokumente von Creative Assembly gegeben hat, wie zum Beispiel hier ein Creative Assembly Papiermappe, ein kleines Notizbuch und auch ein Notizbuch, das offensichtlich hier aus Hyenas kommt. Und ich kenne das, mein großer Arbeitgeber hat auch solche kleinen Büchlein und die gibt es normalerweise nicht zu kaufen. Weitere Infos hat er dann auch bekommen. Und ja, es wird alles schon ziemlich glaubwürdig meiner Meinung nach. Und deswegen stelle ich euch das auch vor, weil es passt auch zu dem, was Creative Assembly eben so macht. So, wir springen direkt mal rein mit dem Thema, dem Verkauf von Troja erst mal. Creative Assembly hat anscheinend, er hat, wie wir ja wissen, nicht zum... Also, sie ist... Also, ja, das ist mit Hyenas, kommt ja später noch. Aber Creative Assembly hat ja in der Vergangenheit bereits ihre Spiele verkauft. Und das war damals Total War Troy. Ich weiß nicht, wer sich daran erinnert. Das kam, als es herausgekam ist, exklusiv für den Epic Game Store heraus. Und dort gab es das dann bei Epic für umsonst. Und jetzt wissen wir sogar, wie viel sie circa erhalten haben. Nämlich irgendwas zwischen 5 und 10 Millionen US-Dollar für Total War Troy. Offensichtlich hat sie ein so geringes Vertrauen in dieses Spiel, dass sie es eigentlich nicht so richtig offen auf den Markt werfen wollten. Wer Total War Troy gespielt hat und natürlich auch Total War Pharoah, dem wird die Verwandtschaft mit Total War Warhammer sehr bekannt vorkommen. Die Einheiten sehen schon irgendwie ein bisschen ähnlich aus von der Art und Weise, auch wie sie sich bewegen und dem Artstyle. Und ja, es ist auch später in diesem Video, werden wir noch sehen, wie das confirmed ist. Also, schon interessant. Creative Assembly wollte selber eigentlich fast schon, hat sich gedacht, boah, das wird sich wahrscheinlich nicht verkaufen, direkt mal an Epic verkaufen. Und in dieser Preisklasse war das anscheinend auch dann ein Erfolg für Creative Assembly. Also nicht, weil es viel gekauft wurde, sondern eben, weil Epic ihnen dafür Geld gegeben hat. Die Saga-Marke, die sich Creative Assembly gemacht hat, hat sie wohl selbst nicht so richtig vertraut. Und so ähnlich ist es dann auch weitergegangen. Das ist eine faszinierende Information. Übrigens, diese Texte, die hier stehen, sind auch direkt aus dem Video von Voland genommen. Er hat das selber nochmal ein bisschen mehr und weiter kommentiert. Ich versuche das zusammenzufassen ein bisschen, als ob Hamster das könnte, ich weiß. Ja, und das sind auch zum Teil Informationen, die er von verschiedenen Personen bei Creative Assembly erhalten hat oder die früher bei Creative Assembly gearbeitet haben. Jetzt mag sich da ein oder andere fragen, warum sagen die Creative Assembly Leute wohl und was und nicht irgendwelchen anderen YouTubern. Naja, ist ja klar, wenn ihr ein eher angepisster Mitarbeiter bei irgendeiner Firma wäret, würdet ihr zu einem Menschen geben, der ganz offensichtlich sehr viel Werbung und guter Freund ist mit der Firma, die ihr eigentlich gerade, von der ihr gerade ein paar Interna erzählt. Wohl eher nicht, weil der läuft dann ja direkt wahrscheinlich dann zu Creative Assembly zurück und erzählt ihnen, wer ihnen was geleakt hat und was geleakt wurde. Da würde ich natürlich auch eher zu jemandem gehen, der einen da nicht verpetzt und das Ganze über eine relativ große Plattform rauslässt. Naja, relativ groß kann man sich jetzt darüber streiten. Ich meine, so viele Leute sehen das auch wiederum nicht. Aber für alle, die das Drama lieben, wie ich, ist das natürlich eine interessante Geschichte. Also, Pharao hat seinen Lebenszyklus begonnen als ein DLC für Total War Troy und ist dann ein bisschen größer geworden mit der Zeit, ist eine Aussage und wurde dann sein eigenes Spiel, das dann Saga-Titel genannt wurde. Und dann haben sie es allerdings doch nicht nur als DLC und nicht nur als Saga-Titel verkauft, sondern als Vollpreisspiel. Und die Chefs von Creative Assembly haben wohl den Leuten gerade gesagt, dass sie Geldprobleme haben und zwar schon seit April diesen Jahres. Und einige der Chefs haben bereits da wohl schon gehört, dass es Gespräche dazu gibt, dass Hyenas gecancelt werden sollen und dass übrigens die Kosten für die DLCs und für Pharao erhöht werden sollen. Und nun, der Zyklus ist also folgendermaßen hier für Total War Pharao gewesen. Wir haben begonnen bei Total War Warmer. Aus dem wurde ein Mod gemacht, nämlich Total War Saga. Natürlich nicht nur der, aus Total War Warmer wurde auch der Mod War War 2 und War 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 3 gemacht. Und ich bin jetzt auch nicht total dagegen, dass eine Modifikation von einem Spiel einfach neu verkauft wird, wenn der Inhalt eigentlich passt. Bei Creative Assembly hat er definitiv eine Kunstform daraus gemacht. Troy hätte dann erstmal ein DLC bekommen sollen, auch so im Stile von der Trilogie mit Toad War Faro. Hat aber irgendwie nicht geklappt. Wurde dann erstmal zum Saga-Spiel. Den Saga-Titel hat man rausgeworfen, wo man sich gedacht hat, naja, wir verkaufen den Leuten einfach alles und ah, ist ja letzten Endes ein Mod. Total War Pharao. Naja, und wegen interner Geldgründe hat man es dann für mehr Geld verkauft, als die Leute eigentlich bereit sind zu zahlen. Und ich glaube, damit hat man sich selbst ziemlich ins Bein geschossen. Also, in-house, also bei Creative Assembly wurde Total War Pharao, das wurde jetzt anscheinend von einem anderen Creative Assembly Mitarbeiter an wohl und weitergeleitet, wurde es als Saga-Titel entwickelt, aber dann hat man es zum Release einfach fallen gelassen, den Titel, und gehofft, die Leute merken es nicht. Tja. Tja. Jokes on them. Und wo kommt eigentlich das ganze Saga-Gedöns hierher? Nun, das hat alles damit angefangen mit Fall of the Samurai, F-O-T-S, das als Standalone Expansion verkauft worden ist, damals als es rausgekommen ist, und zwar im Jahre, im März 2012. Fall of the Samurai konnte man sich allein als Standalone Expansion auskaufen, und das wurde im Nachhinein zu einem Saga-Titel gemacht, irgendwann später. The Game was rebranded and released as Separate Producto Saga for the Samurai 2019. Also, sie sind da sieben Jahre später hingegangen und gesagt, hey, wir machen doch jetzt diese Saga-Titel und machen da auch etwas ganz Besonderes. Fokus. Fokus auf eine bestimmte Periode und verkaufen noch mehr Spiele, die wir aus Mords erstellen. Und zugegebenermaßen war ja Chowlo Shogun 2, Fall of the Samurai, davon habe ich generell Positives gehört, auch wenn es in letzter Zeit bei Steam eher ein bisschen gereviewbombt worden ist, wegen den Desastern von Creative Assembly in der letzten Zeit. Ja, also haben sie Chowlo Shogun, Fall of the Samurai mit reingezogen und gesagt, naja, das war ja auch ein Saga-Titel. Und das mag ja sein, aber ich schätze, er war zu dem Zeitpunkt einfach noch besser als das, was wir später gesehen haben. Vor allem, weil es auch mehr in Richtung der Total War Shogun Engine und der Art und Weise, wie dort gekämpft worden ist, gegangen ist. Wohingegen die Tiefe und die Wichtigkeit der einen individuellen Regimente und Einheiten, die Shogun damals hatte, die ist mit Warhammer zugegebenermaßen schon ein bisschen verloren gegangen. Und ja, deswegen haben diese späteren Saga-Titel auch nicht so richtig gut funktioniert. Ich habe ja ein paar Multiplayer-Partien gespielt von Total War Pharaoh und das war echt nicht so richtig. Es war nix. Also da hat man praktisch die Total War Warhammer Engine genommen und gesagt, hey komm, Kavallerie, Plankler Kavallerie, fliegende Einheiten, keine Monster, all das, was ehrlich gesagt das ist, was Total Warhammer ja im Leben halt, wurde aus Pharaoh rausgenommen und man hat nur Infanterie und Streitweigen, die so meh funktionieren und dann ist das... Ja, wie auch immer. Also, zurück zum Text. Nun kommen wir auf Hyenas. Jedenfalls ein kleines bisschen. Als Hyenas, als der, der das Versagen von Hyenas vor der Tür gestanden ist, hat sich Creative dazu entschieden, hey, noch ein bisschen mehr Energie, ein bisschen mehr Arbeit in Pharaoh reinzustecken und den Preis zu erhöhen, zusätzlich zu dem weiteren Plan der Saga-Branding zu fallen zu lassen. Auch das hier wieder eine andere Information, die wohl und wohl von einem anderen Entwickler erhalten hat. Also, da war er sehr froh, dass er gesagt hat, hey, jetzt habe ich von mehreren Leuten bekommen. Das ergibt alles Sinn. Story checks out. Und wenn wir uns die Produkte ansehen, ja, ist auch sichtbar. Nun kommen wir zu dem Punkt, dass alles bei Creative Assembly, was in den letzten Jahren entwickelt worden ist, modzend, beziehungsweise sehr stark auf der Total War Engine davor basieren. Und das ist gerade seit Total War War 1 oder insbesondere seit Attila immer intensiver geworden. Gut, wer die Spiele kennt und wer sie verfolgt, der sieht natürlich direkt von vornherein, dass diese Spiele sehr, sehr ähnlich sind. Muss ja auch nichts Schlechtes sein, wenn trotzdem Innovation drin ist. Aber nichtsdestotrotz ein paar interessante Punkte. Das Creative Assembly Mods, oh, Mods, jetzt habe ich es leider verkackt. Entschuldigung. Ja, das Mods nicht als Konkurrenz angesehen werden. Und die Leute bei Creative Assembly diese Mods mögen, aber sie sehen hier keine Möglichkeit, daraus Geld zu schlagen. Es gibt keinen Business Case. Historische Total War-Spieler werden immer nur relativ begrenzt in ihrem Umfang sein, ähnlich wie ein Reskin und bereits existierende vorhandene Assets werden weiterverwendet. Und das ist schon eine faszinierende Geschichte, dass Creative Assembly Mods nicht als Konkurrenz sieht. Zugegebenermaßen so groß werden sie nicht. Aber wenn man sich insbesondere die Mods, die es für Shogun 2 gibt, ansieht, was gibt es? Es gibt Dragon Age Mods, es gibt Herr der Ringe Mods. Für Medieval gab es tatsächlich einen Britannien Mod und ich glaube, es gab auch einen Pharoah Mod und Creative Assembly. So im Nachhinein, wenn man sich das ansieht, auf der Mod-Database könnte man meinen, Creative Assembly hat die Mods eigentlich einfach nur kopiert und selber nochmal veröffentlicht. Und da ist schon was dran, denn wenn wir uns Thrones of Britannia, Total War Saga, ansehen, was ein Mod von Total War Attila ist, hat sich hier herausgestellt, oder man hätte es eigentlich schon vorher wissen können, wenn man die Leute vorher gekannt hat, dass einerseits das Spiel Thrones of Britannia, Total War Saga, von einem der Entwickler bei Creative Assembly als fucking cheap bezeichnet worden ist, weil, also es ist ein Spiel, das hauptsächlich durch Marketing vertrieben worden ist, also ein Marketing-Typ-Spiel und es war ein Experiment mit der Saga-Franchise, bei dem so circa 10 Leute dran gearbeitet haben und zwar hauptsächlich Total War Attila-Mod, der zu Thrones of Britannia Saga wurde und es wurde von einem Entwickler geleitet und zwar, wie heißt er? Er heißt Jack Lusted. Jack Lusted, der wohl in dem Total War Center einer der ganz großen Mod-Erschaffer gewesen ist und den hat sich Creative Assembly reingeholt in die Firma, um mit neun anderen Leuten anscheinend einen Mod zu machen, basierend auf Total War Attila, nämlich Thrones of Britannia und das wurde dann, glaube ich, so für circa 40 Euro verkauft und er hat auch ein Interview gegeben und schon so interessant zu hören, also es ist nicht so als verdient, die Modder das nicht, eine Anerkennung von Creative Assembly zu bekommen, ist ja schon gar nicht mal schlecht. Man kann sich dann vorstellen, hey, wenn ihr so ein Total Conversion Mod spielt von irgendeinem Mod-Ersteller, Creative Assembly macht so ein bisschen das Ähnliche, vermutlich mit einem ähnlichen Offer und wie die Modder vielleicht ein bisschen mehr, wer weiß, die arbeiten ja Vollzeit drin und verkaufen die Sachen dran. Also ist ja okay, kann ja auch gut sein, wenn es genug Innovation, genug Neues bietet oder interessant genug ist, aber irgendwie hat Creative Assembly die bisher mit dieser Mod-Vorgang gerade in letzter Zeit eigentlich immer ziemlich abgelaufen, obwohl eigentlich nicht, einige Sachen sind echt gut geworden, noch haben sich gut verkauft, wie Tollawarma 1, 2 und 3 und 3 Kingdoms. Der Rest, die ganzen Saga-Titel, die sind ja voll abgestunken, abgesehen von Shogun for the Samurai, was ja kein Saga-Titel war ursprünglich, aber eigentlich ist jeder Saga-Titel total abgestunken, hat jeder abgestunken oder es gab noch keinen, der was getaugt hat und das Creative Assembly dann keinen Bock mehr hat, ihre Spiele so zu nennen. Ist offensichtlich, aber es liegt halt nicht am Spiel selbst, also nicht an dem Titel Saga, sondern halt was, was halt nicht so interessant ist. Apropos Saga-Spiele, was der Stand der Dinge von Total War Pharoah momentan? Der Desaster-Titel Pharoah war ja schon zu Release nicht sämmerlich erfolgreich, sie hatten ja All-Time-Peak circa 29 Tage von jetzt an gesehen mit gerade mal 5.424 Spielern. Vergleichen wir das mit Thrones of Britannia, was auch kein wirklicher Erfolg war, obwohl es wahrscheinlich finanziell sich für Creative Assembly trotzdem gelohnt hat, weil es hat ja fast nichts gekostet. Da war der Peak 22.000 Spieler mit 301 Spielern, die momentan spielen. Bei Total War Pharoah sind es gerade mal 700 noch. Das heißt, wir sind ja fast nach fast gar keiner Zeit auf dem Niveau von Total War Britannia angekommen. Die Information intern von Creative Assembly, die erhalten worden sind, war, es wurde nicht sämmerlich viel verkauft und zwar zu dem Zeitpunkt, als das geschrieben wurde, ungefähr 45.000 Kopien von Total War Pharoah wurden verkauft. Wenn wir annehmen, jedes hat 50 Euro gekostet, wäre das ein Umsatz von 2,25 Millionen. Zugegebenermaßen, da geht bestimmt noch mal ein bisschen mehr weg von Creative Assembly, aber definitiv kein Erfolg. Wenn wir annehmen, diese Zahl kann man linear auf Total War Britannia rumrechnen, dann hat Total War Britannia mindestens vier, vielleicht sogar fünfmal mehr Geld reingebracht, als Total War Pharoah. Wobei, zugegebenermaßen, wie viele haben bei Total War Pharoah gearbeitet? Gut, wahrscheinlich schon ein bisschen mehr Leute als zehn, wie bei Thrones of Britannia, aber man fragt sich, was machen die ganzen Leute? Aber wahrscheinlich war es schon ein bisschen größer. Da hätte ich gerne auch noch mal ein paar Informationen aus dem Inneren gehört. Nun, nach diesen ganzen Desastern, Hyenas und Total War Pharoah werden nun Leute rausgeworfen bei Creative Assembly und dazu habe ich euch zusätzlich zu diesem Zitat hier oben, some people working on Total Warhammer will also be made redundant and they will be outsourcing work on Total Warhammer to C.A.Sophia because they're cheaper. Also die Leute, die momentan an Total Warhammer arbeiten, werden zum Teil überflüssig gemacht und die Arbeit wird an C.A.Sophia also outgesourced, weil sie günstiger sind. Ich glaube, wir haben einen Standort in Osteuropa im Vergleich zu dem Hauptquartier in der Nähe von London. Da sind die Leute natürlich teurer. C.A.Sophia hat ja Total War Pharoah gemacht. Sie kennen sich jetzt also mit der Total Warhammer Engine sowieso sehr, sehr gut auch aus. Zwar wird gesagt, okay, man weiß noch nicht genau, wer rausgeworfen wird oder nicht, aber das rausgeworfen wird ist auf jeden Fall klar. Hier unten habe ich einen Auszug aus der Investor Relations Veröffentlichung, die SEGA vor einiger Zeit herausgegeben hat. Ich versuche, den Link unten in die Videobeschreibung reinzupacken, in der sie von der Implementierung struktureller Reformen im Konsumentenbereich reden und zwar konkret Europa. Strukturelle Reformen in den europäischen Basen der Firma und zwar was sehen wir? Cancellation of Titles under Development also werden Titel gecancellt, das ist auch nichts Neues, das ist ja bereits auch von Creative Assembly selbst veröffentlicht worden und zwar wegen der geringen Profitabilität der europäischen Region wurde das Portfolio der Entwicklungen reviewed und deswegen wurde AINAS und andere noch nicht veröffentlichte Titel abgebrochen in ihrer Entwicklung und werden entsprechend abgeschrieben. Außerdem und das ist besonders interessant werden die Fixed Expenses also die ja die wie heißt es auf Deutsch Fixkosten genau die Fixkosten reduziert und ihr wisst vielleicht was Fixkosten sind das sind nämlich die Angestellten die Mitarbeiter werden rausgeworfen und was die Leaks angeht ist die die Zahl wohl so circa 40% bis 50% der Mitarbeiter bei Creative Assembly die ihre Jobs verlieren und ja the company expects record losses of approximately 14.3 Billion Yen 14 Milliarden Yen wobei 100 Yen sind 1 Euro das heißt das müssen wir nochmal durch 100 teilen dann sind wir bei glaube ich 140 Milliarden Euro Verlust im Fiskaljahr 2024 krass krass das sind ganz schön viele Verluste wobei Creative Assembly die haben ja selbst gesagt die Entwicklung von Hyänen hat 100 Millionen Dollar gekostet da sind wir immer noch manchmal was haben wir gesagt 14 Milliarden Yen sind wir bei 100 haben es gerade nochmal durch den Rechner gejagt 140 Millionen Euro wären das was wahrscheinlich ein bisschen mehr mehr oder weniger den Entwicklungskosten von Hyänen entspricht also klar ist nochmal das Doppelte davon aber ja Hyänen hat es glaube ich ganz schön kaputt gemacht das Ganze das sind wahrscheinlich die Abschreibungen das sind wahrscheinlich die Verluste von Hyänen also die Hypothese dass Hyänen 100 Millionen gekostet hat lässt sich hieraus vermutlich schließen Abschreibungen die diese Verluste erzeugen krass krass kann man nur sagen und natürlich die anderen Titel die wahrscheinlich Entwicklung waren machen vermutlich den Rest dieser Verluste aus wohl wahrscheinlich noch mehr weil sie haben ja auch einige Gewinne eingefahren ok weitere Leaks übrigens die das auch korreborieren was wohl uns so sagt andere Creative Assembly Mitarbeiter weiter sind auch zu der zu dem YouTuber Bellula News gesehen der Leaked Behind the Scenes of Creative Assemblies Downfall gemacht hat und er hat hier in seinem Video insbesondere darauf hingewiesen dass da also er Informationen darüber erhalten hat dass der zweite Teil von Three Kingdoms ist hier einmal zusammengefasst worden von YouLoke auf Reddit dass der dass der Sequel von Three Kingdoms das von Creative Assembly angekündigt worden ist bereits im jahre im frühen Jahr 2022 bereits gecancelt worden ist und wenn das stimmt und ich habe keinen Zweifel dass das stimmt weil diese ganzen Leaks scheinen doch relativ zuverlässig zu sein dann kann ich einfach nur sagen dass das schon ziemlich desaströs ist weil Three Kingdoms hat sich verkauft wie geschnitten Brot und die Begründungen dafür waren okay man hatte irgendwelche Sorgen was den chinesischen Markt angeht was auch immer das bedeutet was ja ich meine das reiht sich ja ein in die merkwürdigen Erfahrungen von die merkwürdigen Entscheidungen die bei Creative Assembly so gelaufen sind in den letzten Monaten kann man so sagen ich meine okay und man hat auch gehört dass Creative Assembly World Three Kingdoms auch deswegen gecancelt hat weil sich die DLCs nicht so gut verkauft haben denn die Politik bei Creative Assembly ist es den Durchschnitt den die Kunden an ihren Spielen also für die Spiele ausgeben zu erhöhen und das wird durch DLCs gemacht und da World Three Kingdoms eines der bestverkauftesten Total War Spiels aller Zeiten war haben sich die DLCs ihrer Meinung nach nicht ausreichend verkauft und boom Ende der Geschichte tja und deswegen sitzt jetzt Sega bei ihnen vor der Tür und sagt ihnen sie sollen mit dem Scheiß aufhören und bitte mal die Kunden nicht die ganze Zeit vergraulen ein bisschen ist okay aber sie haben es jetzt zu weit getrieben dazu kommt auch noch ein bisschen mehr Detail in den nächsten Minuten als nächstes kommen wir zum versuchten Verkauf von Hygienas und da es so etwas ähnliches ja bereits mit Total War Troy gegeben hat ist es auch wohl sehr also kann ich mir das auch sehr gut vorstellen ich meine entweder man verkauft das Ding und versucht seine Verluste wieder rein zu holen oder man schreibt das Ding ab da nach diesem Video also nachdem dieser Leak offiziell offen rausgekommen ist im Anschluss ist diese Sega Investor Relations Information rausgehauen worden deswegen würde ich sagen ist das schon mehr oder weniger vom Tisch obwohl es sein kann also sie haben ja schon geschrieben dass Abschreibungen von 150 Millionen Euro anstehen oder sie haben es in Yen geschrieben 14 Milliarden Yen ich hoffe ich habe das richtig gerechnet prüfe das gerne nochmal nach die sind so oder so abgeschrieben und um die Lust vielleicht nochmal ein bisschen zu senken versuchen sie es zu verkaufen also sie versuchen Hyenas an die Firma Tencent zu verkaufen das war diese Woche haben sie geschrieben und sie haben gefragt hey wollt ihr vielleicht ein fast fertiges Spiel für wenig Geld kriegen also vielleicht war es auch nur die Idee der Liga hier war sich nicht sicher ob das tatsächlich stimmt hat aber prinzipiell ich meine warum nicht Tencent Aktien Gesellschaft mit einem Umsatz von 348 Milliarden Euro mit Anteil an allen möglichen Videospielen kann man sich schon vorstellen tatsächlich auch Paradox Interactive 5% Ride Games Tesla 5% Ubisoft okay die haben Anteile an der ganzen Menge von verschiedenen Spielen kommen wir ein bisschen mehr zu Hyenas und dem internen Entwicklungsdesaster das dort aufgetreten ist Roland hat hier mit auch wieder verschiedenen Leuten gechattet und er fragt hey also wir haben jetzt mittlerweile auch schon einiges gehört von den Leaks was intern vorgegangen ist gab es schon einige davor was Hyenas angeht und der Missentwicklung und der immer wieder sich ändernden Zielsetzung des Spiels hat die gefragt hey glaubst du dass das was bei Creative Assembly abgeht mit der Hyenas Entwicklung ist das nur ein Problem von CA die Antwort ist er ist der Meinung dass es ein CA Problem wobei er nicht glaubt dass sie die einzigen sind also schon eher ein allgemeines Problem er meint Total War war mal ein sicheres Projekt und deswegen hat auch nicht viel Innovation passiert und die Entwickler bei Creative Assembly haben sich nicht großartig weiterentwickelt weil sie es nicht wussten das ist wie wenn man FIFA jedes Jahr macht Total War war eine Gewinnformel für eine lange Zeit und die Leute sind dort geblieben wo sie gearbeitet haben und nachdem er von Creative Assembly gegangen ist wurden seine Augen geöffnet und ein anderer Entwickler hat ihr geschrieben ich bin ein Entwickler der für CA an Hyenas gearbeitet und er steht momentan unter dem Risiko seinen Arbeitsplatz zu verlieren und er weiß momentan nicht ob er ihn wirklich verliert oder nicht also er steht auf der Abschlussliste die meisten Leute oder wenigstens einige Leute die bei Hyenas gearbeitet haben werden entweder hin und her geschoben zu einer anderen Abteilung oder sie werden die Firma verlassen müssen genau wie viele andere der Leute in der Firma und deswegen übrigens werden auch vermutlich diese Ressourcen die mutmaßlich frei werden durch diese Entlastung oder durch das Hyenas und diese anderen noch unangekündigten Spiele nicht mehr weiterentwickelt werden die werden vermutlich nicht 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 Total War Entwicklung gesetzt denn die sind einfach nicht mehr da also nur weil Hyenas gekanzelt ist heißt es nicht mehr Kappa für Total War sondern die sind halt einfach weg wir müssen ja Kosten gekürzt werden fix kosten und interessanterweise war anscheinend auch schon Monate bevor Hyenas offiziell gekanzelt worden ist sondern Mitarbeiter von Sega und zwar vermutlich sehr weit oben in der Sega Hierarchie bei Creative Assembly 4 und haben den Fortschritt des Spieles überprüft und den Zustand des Spieles gesichtet und sie waren wohl nicht sehr glücklich mit dem Fortschritt den das Spiel gemacht hat und hier zwei Bilder ich glaube das ist einer der früheren CEOs und vielleicht der jetzige CEO die zu Creative Assembly gefahren sind und denen die typischen japanischen Freundlichkeiten entgegengebracht haben indem sie ihnen freundlich aber bestimmt gesagt haben was die Probleme mit ihren Entwicklungsprozessen sind interessanterweise gab es keine Vorwarnung für die Entwickler dass Hyenas dann gekanzelt worden ist nachdem die japanischen Geldgeber irgendwann gesagt haben Leute was habt ihr für einen Scheiß gemacht vielleicht können wir es an die Chinesen verkaufen fliegen für die ist es vielleicht noch gut genug kann es als Handy game verkauft werden aber wir hauen das nicht mehr raus und dieser Mitarbeiter schreibt Hyenas wurde praktisch aus dem heiteren Himmel gekanzelt vielleicht wussten es einige der Chefs weiter oben aber der Großteil der Creative Assembly Mitarbeiter hat es am selben Tag herausgefunden wie die Veröffentlichung die es gegeben hat dass Hyenas gekanzelt worden ist und das ist damals hier auf Twitter veröffentlicht worden unfortunately this may result in job losses bla 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 ist natürlich sehr sehr tragisch und zugegebenermaßen ist das auch nicht ungewöhnlich in der Industrie dass die Mitarbeiter ja zusammen mit der Presse informiert darüber werden dass ihre Firma oder ihr Job jetzt nicht mehr existiert ich hatte tatsächlich auch so eine ähnliche Situation bei mir in der Firma bin allerdings glücklicherweise schon etwas weiter davor abgesprungen von der Stelle aber ja das ist nicht ungewöhnlich man hat es schon also in meinem Fall hat man es auf jeden Fall schon in der Firma so ein bisschen also eigentlich hat man schon ziemlich stark gemerkt dass das den Bach runter geht hier bei Creative Assembly war es vermutlich ähnlich aber die offizielle Meldung es wollen natürlich dann trotzdem keine zugeben weil die Entwicklung muss ja weitergehen wer weiß vielleicht klappt es ja doch nun gut einer der Entwickler hat gesagt er hat rausgefunden oder er glaubt zumindest dass Haynes nicht deswegen gecancelt worden ist weil es irgendwas mit dem Spiel selbst zu tun hat aber weil Sega nicht für das das Abklingen der Geldwelle die damals mit Covid reingespült worden ist vorbereitet ist denn als der Lockdown nach der Covid Pandemie ich weiß nicht ob sich jemand von euch daran erinnert das war vor langer langer Zeit als so eine Krankheitswelle durch die Welt ging musste man zu Hause bleiben und die Menschen waren zum großen Teil darauf angewiesen zu Hause irgendwas zu machen und haben entsprechend mehr Geld für digitale Güter wie Videospiele und ähnliches ausgegeben und das hat Sega und alle möglichen Videospielfirmen auch viel mehr Gewinn eingefahren und offensichtlich haben sie sich da ein bisschen übernommen und viel Geld ausgegeben Creative Assembly war ja genau gleich sie sind während der Covid oder danach also im Rahmen der Covid Pandemie oder vielleicht auch leicht davor um das Doppelte angewachsen haben neue Bürogebäude gekauft oder gebaut und das hat alles nicht so ganz geklappt der Geldsegen ist dann noch irgendwann mal weg gewesen weil die Leute vielleicht doch später nochmal rausgehen wollten die Whiskey Bar oder was weiß ich eure Lieblingsbeschäftigung gerne in die Kommentare schreiben aber auf jeden Fall wurden Einsparmaßnahmen gesucht und Hyäners was sowieso nicht so gut gelaufen ist hat man halt als einfache Möglichkeit gesehen etwas Geld zurückzubekommen wie kann man Geld zurückzubekommen wenn man so ein Spiel Cancel kurz vorliest naja indem man das als Verlust abschreibt 150 Millionen und die Entwicklung einstellt und Creative Assembly selbst zeigt hier irgendwie mal wieder ein absolut merkwürdiges Public Relations Verhalten das ich nicht verstehe auch in den letzten Wochen und Monaten eigentlich in den letzten zwei Jahren war Creative Assembly Public Relations mäßig wirklich abgrundtief am Boden und total mies und das zeigt sich meiner Meinung nach auch an unter anderem an der Twitter Seite man könnte jetzt meinen das ist so eine Kleinigkeit und das ist zugegebenermaßen auch eine Kleinigkeit aber dass sie immer noch nicht das habe ich gerade gemacht jetzt als ich dieses Video gemacht habe dass sie auf ihrer Twitter mit einem Moment X Seite immer noch Hyänas das jetzt ja mittlerweile seit über einem Monat gekranzelt ist immer noch drauf haben Praktikant haben sie auch rausgeworfen dabei war er der günstigste Arbeiter von allen was hat zu dem Desaster von Hyänas beigetragen nun es gab einen Engine Change und zwar irgendwann in der Mitte während der Entwicklung von Hyänas oft weil die Engine die sie benutzen wollten gewisse Limitierungen hatten die sie nicht haben wollten und zwar war das das Alien Isolation Game was auch von Creative Assembly gemacht worden ist habe ich euch hier rausgezogen aus dem Metacritic hatte eine 79 und 8.4 Score bekommen also schon ziemlich positiv Creative Assembly die hat dann allerdings nach dieser Engine zur Unreal Engine geswitcht und das hat zwar die Entwicklung verlangsamt aber immerhin wurde das Spiel dann dadurch deutlich moderner als die Total War Titel es war ursprünglich gedacht dass es ein Live Service Spiel wird aber sie hatten keine Live Service Features und es hat auch niemand daran gearbeitet und außerdem wollte niemand CA Live Service verwenden weil sie kacke waren falls ihr euch fragt was Live Service Games sind das bedeutet es sind Spiele die ihr mehr oder weniger euer ganzes Leben spielen sollt ich weiß nicht ob das daher kommt aber Spiele wie Fortnite, PUBG und vielleicht auch Diablo wenn es das noch ist ich bin ja nicht so tief drin Spiele bei denen regelmäßig neue Content rauskommt den ihr kaufen könnt und immer weiter immer länger Geld ausgeben könnt für dieses Spiel und sei es für Kosmetik ein Spiel das aber auch dann frisch gehalten wird durch neue Modi und neue Dinge weswegen man es auch weiterhin spielen möchte von Creative Assembly Live Service habe ich bisher noch nichts gehört die Leute intern waren wohl auch nicht davon überzeugt und das was da am nächsten rankommt ist momentan die Total Warhammer Reihe die ja mit ihren Deals hieß schon seit vielen Jahren immerhin ziemlich gut abräumt eigentlich erstaunlich sie hatten diesen mega Verkaufsschlager Total Warhammer 1 2 und 3 3 Kingdoms und trotzdem kein Geld mehr weil Hyenas anscheinend alles gefresst hat behalten wir anscheinend ganz neues Spiel und das hat dann extra gekostet gut auch das Halo Wars 2 Team hatte die Aufgabe mit an Hyenas zu arbeiten und Hyenas hieß zur Entwicklungszeit Keaton also es gibt ja diese Codenamen für Spiele in der Entwicklung interessanterweise genauso wie es ein anderes Spiel gibt bei Creative Assembly das momentan Projekt Juno oder Juno genannt wird das entweder Sci-Fi Spiel ist oder vielleicht das nächste Total War Historic vielleicht Rome 3 wer weiß aber das ist noch unklar und allerdings haben 30 bis 50% des Konsolenteams die Halo Wars 2 entwickelt haben Creative Assembly verlassen nachdem das Spiel rausgehauen worden ist um sich wahrscheinlich irgendwo interessantere Jobs in größeren Firmen zu suchen und es gab auch wenig Kontakt mit dem Total War Team denn sie waren in einem anderen Gebäude im Spire Court und ihr redet hier auch vom Spartanhaus in diesem Text wir haben ja uns im letzten Video im letzten News Video auch mal den Ort von Creative Assembly wo sie gearbeitet haben angesehen und es gibt da wohl verschiedene Gebäude und ich arbeite ja auch in einer großen Firma und klar wenn jemand in einem anderen Gebäude sitzt das ist fast so als wäre da eine Welt dazwischen mein Halo Wars 1 und Halo Wars 2 ist im Endeffekt gar nicht mal so schlecht weggekommen obwohl die Halo Wars 2 war dann auch nicht mehr ganz so gut mit 6,5 User Score Hyenas selbst wurde als ein Payday im Weltraum geplant und sollte auch in Richtung Fortnite und PUBG gehen es gab eine ganze Menge Design und Art Style Richtung die ganze Zeit Änderung und am Ende kam es auf ein Battle Royale System ein Space Extraction Shooter raus mit sehr vielen sehr vielen Micro Transactions damit ihr alles die ganze Zeit irgendwelchen Sega Merch kauft mehr oder weniger ein ziemlich generisches Spiel aber die Creative Assembly Manager waren trotzdem außerordentlich überzeugt davon von diesem Spiel von dieser Spielidee und sie haben auch alle anscheinend davon überzeugt dass es das Flaggschiff der Flaggschiff Titel für Creative Assembly Live Service werden soll und sollte als Vollpreisspiel auch noch verkauft werden meine Güte also Vollpreisspiel Live Service und du sollst immer noch weiter drauf zahlen ich glaube PUBG und Fortnite die sind um sonst oder kosten nur ein paar Euro da halten sie das auf jeden Fall schwer er hier von dem diese die die Information kommt schreibt er arbeitet momentan an erfolgreicheren Spieleprojekten und das hat ihm gezeigt dass Hyenas eigentlich schon von Anfang an verdammt war fehlzuschlagen und eigentlich war es schmerzhaft offensichtlich kann ich jetzt natürlich nichts dazu sagen aber es ist natürlich gut ein bisschen mehr Erfahrung zu haben dann sieht man die Probleme da doch ein bisschen schneller er glaubt auch dass Halo Wars 2 damals rausgekommen ist etwas erfolgreicher gewesen ist weil die Creative Assembly Executives also die Manager nicht sonderlich viel Kontrolle über die Richtung des Spiels hatte 343 war in Kontrolle was wahrscheinlich eines der Gebäude und Ingenieure ist und waren kompetent was die Richtung des Spiels angeht und vermutet es war ähnlich mit Alien Isolation man nennt das übrigens auch Executive Meddling wenn sich das Management ein bisschen zu sehr in die Arbeit der Ingenieure oder in diesem Fall der Entwicklung einmischt und dann vielleicht mit Halbwissen irgendwelche Ideen hat und naja dann die Vision verliert er schreibt wie außerdem als er an dem Hyenas Projekt gearbeitet hat sind die Anzahl der Mitarbeiter bis auf 60 bis 100 Leute angewachsen er weiß nicht genau wie viele das waren aber er glaubt das waren ungefähr so viele viele die dazu gekommen sind waren neu und nicht sonderlich erfahren und zusammen mit der fehlenden Vision der Manager selbst und der fehlenden Richtung in die das Ganze gehen sollte hat das zuständigen neue Revision Spieldesigns geführt das haben wir ja vorher schon gesehen und deswegen ist auch das Ziel des Spiels immer weiter geändert und verschoben worden technische Schulden die sich angehäuft haben und fürchterliche Optimierungen und wie wir ja wissen je mehr sich technische Schulden anhäufen desto schwieriger wird es das Spiel weiterzuentwickeln und es wurde immer schlimmer und immer schlimmer und immer schlimmer und der Artstyle aber auch das Gameplay hat sich immer und immer wieder geändert über die Jahre selbst nachdem der erste Prototyp da war und die Produktion angefangen hat und es war für diesen Entwickler hier fast schon lächerlich wie das Ganze gelaufen ist und Geld wurde praktisch das Klo runtergespült was nicht unbedingt der beste Ort ist für das Klo aber immerhin ich habe gehört es geht in die Wirtschaft und ist trotzdem irgendwie gut aber nicht für die Firma selbst wir erfahren hier auch einen kurzen Einblick in die News intern bei Creative Assembly und bei mir in der Firma ist das tatsächlich ähnlich wir haben auch so eine firmeninterne News er schreibt hier sie hatten interne wöchentliche Entwicklungsblocks die in E-Mails versendet worden sind zu allen Entwicklern und alle Entwickler konnten das lesen wie es eigentlich mit den Projekten bei Creative Assembly so steht und Total War hat hier meistens relativ konsistent Updates gegeben aber Hyänias hatte vielleicht nur ein Update einmal oder einmal alle paar Monate weil sie kaum Fortschritt zum Teilen hatten was natürlich traurig ist es gab eine Karte und acht spielbare Charaktere als dieser Mitarbeiter noch dabei war und als das Spiel in Entwicklung war jeder hatte eine Waffe oder zwei und noch eine Fähigkeit er hat die offene Beta in 2023 gespielt ich übrigens auch war nicht sonderlich gut meiner Meinung nach er arbeitet nicht mehr über Creative Assembly aber es hat interessiert zu wissen was sich eigentlich seitdem geändert hat und er meinte der Inhalt der Beta wie das was er damals entwickelt hat war mehr oder weniger das gleiche es gab nur ein extra Charakter und ein bisschen Änderung mal wieder im Art Style und im User Interface es sollten außerdem kosmetische Microtransactions gemacht werden aber weil die ganze Zeit alles geändert worden ist war es unmöglich die zu outsourcen weil die Grundlagen der Modelle noch nicht existiert haben und nun ja wir haben diese spielbaren Charaktere ich habe jetzt hier glaube ich es sind nicht alle in diesem Screenshot es sind nur sechs aber die Charaktere sind wirklich als ich das spiel angefeuert habe fand ich ich habe sie alle gehasst diese Charakter die waren so schlecht im Vergleich dazu Moment mal ich habe hier irgendwo ein Bild von Fortnite finde ich schon besser finde ich auf jeden Fall besser es ging so weit dass irgendwann Neil Blotkamp der District 9 Elysium Chappie als Regisseur und Produzent rausgebracht hat ihr seht ein Bild von ihm hier auf der rechten Seite er kam zum Spartan House bei Creative Assembly und wollte ihm mit dem Hyenas Projekt helfen das ist ja dann auch geleakt das Video was er als Art Direction gemacht ist aber er erinnert sich dass es nicht lange gewesen ist dass er da war und er kam dann auch nie wieder zurück vermutlich frustriert was da bei Creative Assembly angeht aber er weiß nicht genau was passiert ist auf jeden Fall war eigentlich jeder schon ziemlich aufgeregt und hat sich darauf gefreut ihn zu treffen aber naja er ist dann leider direkt wieder verschwunden sie hatten zwar regelmäßig auch Meetings was retrospektiv gelaufen ist und wie man Feedback geben soll was gut war und was nicht und sie haben zwar die ganze Zeit Feedback gegeben bezüglich der Probleme und die Manager wussten darüber aber trotzdem wurde nichts verbessert tragische Geschichte und es wurde eigentlich die ganze Zeit ignoriert was die hoch erfahrene Leute im Team gesagt haben ja was für Beispiele gab es das Projekt hat Vision und Richtung gefehlt das haben wir vorher schon gelesen die ganze Zeit Änderungen im Design und der Kunst also das hier auch wieder von einem anderen Leaker der bestätigt was der davor gesagt hat interessant zu hören war dass es ihnen vorkam als waren einige der Charaktere potenziell anstößige Stereotypen wie der stereotypische amerikanische Pirat mit einer Kalaschnikow der später Mosi bekommen wurde und der Drag Queen die sehr stereotypisch war die Galaxia wurde wurde auch kommentiert aber ja erstmal eine Weile nichts gemacht aber anscheinend doch ich meine das ist immer noch eine Drag Queen ich weiß es nicht also ich fand die Charaktere eh nicht so nennlich gut warum auch ich meine ich habe sie ja kaum kennengelernt aber ich kann mir gut vorstellen dass das noch ein bisschen plumper gewesen ist in der Vergangenheit und er hat gesagt wenn sie es gespielt haben das Hyänes Gameplay war für 20 bis 30 Minuten vielleicht ganz nett wenn man zum ersten Mal spielt aber dann ist es ziemlich schnell alt geworden hat sich angefühlt wie so ein Demo Projekt anstatt ein AAA Game und dem kann ich nur zustimmen ich habe das auch gespielt und es ist eigentlich fast schon im Spielen beim Spielen selbst direkt instantan langweilig geworden das war wirklich ein ziemlich mieser Gamecycle mit dem Rumsitzen naja dieser Leaker hier von Creative Assembly sagt er ist der Meinung Sega war sehr enttäuscht von der Entwicklung von Hyänas und wollte das Spiel dann lieber canceln um ihr Gesicht zu wahren und er wollte hier seine Geschichte teilen da er jahrelang an diesem Projekt gearbeitet hat und er ist nicht wirklich überrascht dass es gekanzelt ist auch gar das furchtbar wenn er jahrelang an einem Projekt arbeitet und dann wird es abgesägt das will keiner machen seine CA-Freunde sehen sich immer noch nach Jobs um sie haben Familie und Babys um die sich kümmern müssen und es ist ziemlich schwer wen macht er dafür verantwortlich ist es der Rob war vor dem der letzte Zeit vor einiger Zeit gefeuert worden ist und er sagt nein das war ein anderer Manager hat vier aufgelistet die habe ich jetzt hier mal geschwärzt um nicht zu irgendwie zu doxen ich mache kein Witz passt schon tja tja er schreibt dass die Entwickler selbst nicht verantwortlich sind er meinte die waren talentiert und haben hart gearbeitet aber du hast halt keine Chance wenn das Management also du musst halt das machen was das Management glücklich macht selbst wenn du andere Ideen hast naja naja so ist es ein paar interessante Infos zu Rob ob er zu ihm irgendwas zu sagen hat und er meinte er hat ihn eigentlich kaum gesehen er kennt ihn nur aus den jährlichen Präsentationen in der er ihnen was über Geld und Grafiken gezeigt hat aber ansonsten hat er ihn nie gesehen und er schreibt auch noch dazu ob er also es gab noch eine Frage was eigentlich mit dem Shitstorm und den DMCA Strikes die Creative Assembly rausgehauen hat los gewesen ist und ihre Vorrunde die ganze Zeit blockieren schreibt er ne hat er das noch nicht gesehen in seiner Karriere in der Industrie naja tja glaubt er dass die vier Leute die er in der Seite davor genannt hat als verantwortlich für das Problem den Fortschritt versteckt haben oder verschleiert haben was Hyenas angeht zu Sega die ja nachher die Geldgeber sind und er meint ja er glaubt schon denn die fehlenden Projektupdates im wochentlichen in der wöchentlichen Informations-E-Mail sind ein starker Indikator dafür kann man jetzt nur so glauben ich meine klar wenn mein Projekt kacke wäre wohl eigentlich wäre es schon besser wenn man es möglichst schnell erzählt und mit man anderen Projekten arbeitet aber vielleicht hatten die einfach zu viel Stolz dabei nun er glaubt also dass Sega nicht wirklich darüber informiert war dass Hyenas so schlecht gewesen ist und deswegen kamen sie irgendwann vor Ort und haben da angesichts das angeguckt und den Riege vorschoben sie wollten auch Microtanks Actions reinbringen in das Spiel okay das kam jetzt natürlich nicht Hyenas und eine weitere Frage war wie sieht es denn eigentlich aus mit NFTs NFTs waren mal ging mal durch die Foren und war die Frage hey wird Hyenas auch NFTs enthalten also Non-Fungible Tokens was was digitale Objekte sind die man anscheinend nicht kopieren kann eines eines der sehr bekannten sind diese Affen diese Ethereum Affen mit einem Wert von bis zu 7000 Ethereum und ich habe nachgesehen an Ethereum ist es gerade 2000 US-Dollar wert das heißt ein Affe kostet der da oben kostet 14 Millionen holy shit ok der eine kifft geil ja ich meine es ist Kunst wer kann damit Geschmack Geschmäcker sind nun mal verschieden sein gegönnt wer auch immer den besitzt das letzte Mal als er verkauft wurde hat er 63 Ethereum gekostet was bedeutet das das ich habe hier so ein Screenshot gemacht wie immer das ist was wie kann er denn auf einmal so viel mehr wert sein was ist ein W Ethereum ich habe keine Ahnung wie auch immer wie auch immer springen wir mal ein bisschen weiter also es wurden viele Erinnerungen gemacht darüber sind wir jetzt schon einige Male gegangen zum Beispiel das von normaler Grafik auf Cell Shading gegangen war damit alles so diesen Comic Look gehabt hat und warum wurde das eigentlich gemacht nun vor allem weil Fortnite und PUBG eben sehr erfolgreich gewesen ist da wollte man sich dran hängen sie wollten erfolgreichere Titel kopieren aber Hyänas wurde zu einem Mischmasch Desaster wie wir gesehen haben und die letzte Frage war dann glaubst du irgendwelche Studios können von diesem großartigen Failure der Hyänas war lernen und er meint nun ja die Manager sollten wirklich lernen Feedback von den Studium Mitarbeitern ernst zu nehmen und zuzuhören und auch besonders den erfahrenen Entwicklern zuzuhören die Richtung und das Ziel des Projekts nicht die ganze Zeit zu verschieben ist eher klein zu halten das Ziel gleich zu halten und das Spieldesign und den Artstyle nach den prototypischen Arbeiten festzusetzen und die nicht mehr zu ändern weil sonst wird es zu einem Frankenstein wir haben zwar jahrelang dieses Feedback gegeben aber lol hat sich nichts geändert und was denkt er jetzt über CIA dieser Entwickler magst du sie nicht oder hasst du sie nun er schreibt manches habe ich gehasst anderes habe ich geliebt wie es halt so ist manche Sachen sind gut manche sind schlecht er wollte als Entwickler das Beste für Creative Assembly aber es ging schon eine ganze Menge Kacke ab und sie müssen echt noch ein bisschen Abführmittel nehmen um die ganze Kacke rauszuspielen interessante Worte nun er schreibt oder es kann auch sein dass das hier wieder von einer anderen Quelle bei Creative Assembly ist dass Creative Assembly nicht sehr innovativ ist mit der Weiterentwicklung ihrer Produkte ihrer Tools und gut bei den ganzen DLCs von Total War sehen wir es ja auch er schreibt hier dass andere Studios an denen er gearbeitet hat sehr adaptiv was ihre Technologie angeht und dafür sorgen dass sie immer am Top of the Game an der Cutting Edge sind aber Total War Games und die Engine die sie benutzen sieht immer noch ziemlich alt aus heutzutage haben sie sogar Real Time Ray Tracing also das ist Lichtstrahlverfolgung aber Farrow sieht wirklich ziemlich alt aus und ist das so ich meine mir ist die Grafik nicht ganz so wichtig ich spiele auch Pixel Art Games wenn er das sagt würde das wahrscheinlich so sein er glaubt noch dass Creative Assembly zu schnell expandiert ist das hatten wir vorher auch Creative Assembly war eine Art von Bubble als der Covid Lockdown existiert hat und so viel Geld reingekommen ist es gab zwar Bedenken der Entwickler währenddessen dass sie sie zu schnell expandieren aber das Management dachte das passt schon das ist alles das ist alles gut und das sind nur Wachstumsschmerzen die in kürzerer Zeit irgendwann von der Struktur wieder eingebaut werden aber es hat wohl nicht geklappt und noch die Frage gibt es irgendeinen Manager oder irgendwelche Führungspositionen die du gemocht hast oder die du denen du ein Kompliment aussprechen würdest die nicht inkompetent waren oder Idioten oder Projekte ruiniert haben mit ihrer Inkompetenz und die Antwort war es gab keine es sind alles nur gierige alte Typen und ihn kümmern nur noch seine eigenen Freunde und tja diese Manager haben die halbe Kompanie also die halbe Firma also das ist jetzt auch das die haben fast die halbe Firma rausgeworfen das ist jetzt praktisch nochmal korrebuierter Information die wir bereits aus anderer Stelle gehört haben in den Videos davor er sagt auch dass es wirklich passt dass sie in so einer kleinen Stadt in England leben wobei so klein ist die nicht ich habe es mir rausgesucht Bandsland Horsham die haben wie viel 50.000 Einwohner 2018 gehabt ja okay der Stadtbereich ist schon ziemlich groß für 15.000 Einwohner und es gibt so ein Running Gag das Creative Assembly das halbe Horsham gehört und sie buchen ein ganzes Kino für äh ein ganzes Kino meine Güte ist langsam spät hier sie buchen ein ganzes Kino für die Company Meetings und wenn sie fertig sind und aus dem Gebäude rausgehen sehen sie Kinder die fragen helfen kommen die ganzen Leute her in unserer ruhigen Stadt die alle mit CA Hoodies rumlaufen wie ein Real Life Total War Regiment und er meint auch es ist sehr merkwürdig für so eine für ein Spielstudio in so einer ruhigen Stadt zu leben eigentlich möchte man doch dass sein Videogamingstudio in einer Großstadt ist bei dem man mehr nach Talent suchen kann und nicht in so einer alten englischen Stadt Tja altes Creative Assembly und zum Abschluss hat er noch einen Kommentar von jemandem auf YouTube bekommen der geschrieben hat dass er zwölf Jahre lang bei Creative Assembly gearbeitet hat und zwar im Total War Team und jetzt verliert er auch seine Stelle obwohl er niemals an Hygieners gearbeitet hat und er schreibt hier es ist nicht Brand also das Brand Team das verantwortlich ist für diesen Umstand sondern eine Person ganz besonders der das Hygieners Projekt ohne Rücksicht auf Verluste getrieben hat und das ist der CPO der Central Project Officer oder so und das ist der Rob Bartholomew und er sagte dass der Rest des Markenteams Brand Teams bereits darauf hingewiesen hat und zwar sehr häufig dass dieses Projekt nicht sämmerlich gut läuft und das ist eigentlich schon vor Jahren hätte gecancelt werden sollen bevor man so viel Geld ausgibt aber sie wurden jedes Mal ignoriert und jetzt sind sie diejenigen die überflüssig gemacht werden während er in seinem Büro sitzt und null Verantwortung hat es macht ihn krank nun wobei wir haben ja jetzt gehört dass Rob anscheinend auch in Schwierigkeiten steht wobei die Informationen sind ja dass er unter Umständen einfach nur verschoben wird zu einer anderen Stelle und naja das macht die Leute die die härteren Konsequenzen erleben müssen etwas unzufrieden und dadurch kriegen wir jetzt auch die ganzen Leaks Fazit Fazit nach fast einer Stunde Kommentare ich glaube Roland hat das auf zwei Videos oder drei aufgeteilt das ist ganz schön lang geworden ich glaube ich mache lieber kleinere Videos wenn ihr noch dabei seid Grüße an dich liebe dich bester Mann und beste Frau ja Creative Assembly ist offensichtlich als Firma etwas alt geworden das Management hat viele schlechte Entscheidungen getroffen hat ihr Herzblut in Projekten versenkt die es nicht wert gewesen sind weitergeführt zu werden insbesondere Hyenas sie haben versucht Geld zu verdienen mehr Geld zu verdienen und eher weniger gute Produkte zu produzieren was eben zu diesem Zustand in dem wir gerade sind geführt haben Projekte die nicht genug DLCs verkaufen werden gecancelt Spiele die eigentlich klein und eher kleinere DLC Pakete sind werden als Vollpreisspiele verkauft DLC Preise werden angehoben obwohl diese Produkte diese Preise eher nicht wert sind und nun kommen all diese Probleme all diese schlechten Entscheidungen gehäuft und die Tropfen es ist der Tropfen der das fast zum Überlaufen bringt was jetzt für gesorgt dass Sega jetzt bei ihnen rumsitzt die reduziert dass die Spiele nicht mehr verkauft werden dass der Shitstorm läuft und wir können nur hoffen dass die Mitarbeiter von Sega bei Creed Assembly wirklich gut auf die Finger gucken und dafür sorgen dass sie wieder auf den richtigen Pfad zurückkommen und das nächste Total War vielleicht mal mit der ganz neuen Engine daher kommt auch wenn die Entwicklung jahrelang dauern wird bis dahin spiele ich Shogun 2 Stronghold Crusader halt nein die Definitive Edition genau die ich bedanke mich fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal Joachim Untertitelung des ZDF, 2020